Es sind jetzt zwei Familien, die bei uns wohnen und uns ist aufgefallen, dass es so schwierig ist für Menschen, die mit ihren Haustieren kommen, um da eine Bleibe oder ein Unterkunft zu finden. Ich habe selbst gesehen, wie das aussieht, wenn die da stehen und werden nicht zugelassen. Und dann haben wir vor allen Dingen auch meine Töchter gesagt, mach das. Wir versuchen, alle Familien mit Kindern und Hunden aufzunehmen oder Haustiere. Und das ging ganz schnell. Es war sehr schwer, weil in wohnen waren viele Menschen, Kinder. Wenn es 4 Menschen braucht, dann kam 14 Menschen. Und unsere Kinder. Die Kinder waren drei Stunden, die in den Boxen geöffnet wurden. Er hat manchmal sie verabschiedet. Für die Kinder es war eine sehr schwierige Weg, aber sie konnten sie auch nicht übergehen. Die Kinder haben die Kinder in den Boxen geöffnet wurden. Und bis zum Ende. Vielen Dank.